Herzlich Willkommen zu neuen Livestream! Ja, wir sind wieder bei Heyday. Heute ist Doppelt-XP-Schiff-Event und wir werden jetzt einen XP-Schub verwenden. Der allererste in meiner ganzen Heyday-Geschichte. Wir werden drei Stunden lang 30% mehr Erfahrungspunkte bekommen für alles. Und das werden wir natürlich hierbei bei dem Schiff einsetzt. Und das wird richtig krass werden. Wir werden wahrscheinlich Level abwerben. Ich kann es nicht genau sagen. Wir werden hier direkt mal dieses Schiff vollmachen. Ich habe extra damit gewartet, die ganze Zeit, um direkt mal einiges an XP einzuheisen. Los geht's hiermit! Jetzt können Sie ja auch nach bei Heyday-Geschichte. Die Musik wird immer wieder aus. Ch như in der Zeit der Zeit! Die Musik werden. Du kannst dich auf die Schiffen teilnehmen. Die Musik werden. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020